Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dem heutigen Game spiele ich Vega auf der Toplane. Mit dabei sind der Gian, die Alexa und der Leon. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und in dieser Runde auch zusammen im TS. So, Gian, hast du gesehen, was ich in der letzten Runde mit den Gegnern gemacht habe? Ja, hast du gesehen, was ich auch mit denen gemacht habe? War nicht halb so toll. Deine Ulls kamen immer zu spät, ey. Hab mich innerlich voll aufgeregt. Das heißt, nie zu spät, die waren nicht ab dann. Ja, dann mehr CDR. Ich hatte, glaube ich, 80% CDR. Ich hab doch so ein Transcendent gespielt mit ganz viel CDR. Mehr ging nicht. Nee, nee. Es war ärgerlich, ey. Immer einmal auf der Botlane und auf der Midlane dann auch. So zwei Sekunden zu spät. Auf der Botlane war sie erst nach dem Fight ready. Dann dachte ich... Ja, das glaube ich. Äh, ja. Und, ähm... Achso, lass mich mal top gehen, ja? Also, ich will auf jeden Fall gegen Morde, egal wo der ist. Wenn die swappen, swappen wir auch wieder, ne? Ich bin mit der Emote? Nee. Ja, so wird's sein. Also, geh ich mal von aus. Ja, im Vague. Weil gegen Yasu hätte ich was anderes gespielt als im Vague, ne? Geht ja eigentlich auch, ne? Ja, aber... Ich will Morde nass machen. Ich hab Bock auf Morde. Ja, Vague ist halt so ein Allrounder, der passt das wirklich immer. Ja. Ja, deswegen, wenn ich Toplane spiele und die Gegner spielen irgendwas richtig Asoziales, ich sag mal Timo zum Beispiel, da kommt immer mein Vague. Oder mein grandioser Zix, natürlich. Jetzt, wo man Zix wieder so gut spielen kann, überlege ich, ob ich sogar Midlane mainen werde, ey. Also, ob du Jungle aufgibst. Guter Witz. Ja, aber ich liebe auch meinen Zix. Zix ist geil, nur der war so lange Zeit so schlecht spielbar, aber man hat's ja eben gesehen, was der wieder reinrumst. Nö, ich hab ihn ja auch im Ranked öfters gespielt. Also, ich wähle ja immer Jungle oder Midlane und wenn's mich auf die Midlane verschlägt, spiel ich immer Vague, Zix oder Kartus. Aber da sie den jetzt alle spielen, wird er eh bald genhaft. Ja, die Backmine würde den Jungle quasi, weil sie kattet mich zweit aus. Ja. Na voll. Ob ich es bin, bin ich. Sturm, bewitcht ihn. Gleich werdet ihr leiden! Hm, gleich werdet ihr leiden! Und Väger muss man ja schon alleine spielen, wegen der geilen Stimme, ne? Ja, das ist so ein bisschen Orko-Style, ja. He-Man! Nur halt, als Böser. Hab ich die Geschichte von dem eigentlich schon erzählt? Ne, ne? Ja, von wem? Von Väger? Ja. Doch, ja, doch. Weil ich kann mich nicht mehr dran ändern. Hey, man, you. Oder ja, also es ist nicht schlecht, ey. Du bist sehr gut. Gott sei Dank kann man getauscht. Hehehe. Nee. Ich war ein Schotter nach auch für dich, okay? Jetzt wird der so drei, ich kann auch erst mal denken. Macht das ruhig selber. Okay. Oh ja, bis der Jackson Late Game hat sowieso null Chancen. Die Auto-Tag war schön. So aussehe ich. Wo ich gestorben bin. Hehehe. Ja, jetzt rufst du deine Qs wirklich gut. Hm. Wollen wir kommen? Äh, ne, ich hab noch keine E geskillt. Ja. Also, nächstes Level wär okay. Ja, muss man gucken, ob ich gerade noch war. Aber ich weiß halt auch nicht, wen Rammus-Gank gegen nen Morde ist. Ja, ich auch nicht. Also, Hauptsache kein Feed, bitte. Ja, jetzt hat er halt noch kein Gehirn, ne? Einfach mal was zu spüren. Hm. Doch, du scheiße, wenn du gesagt hast. Jetzt. Okay, was ist das? Er ist weggegangen. Ich hab gerade einen Wads zu springen. Ach, scheinbar sagt. Nee, der ist nicht weg. Oh, leul, leul. Er hat den gewonnen, ich hab' die Krabbe. Speckle, du von ganz? Aber ich schaff's nicht, dir entgegenzukommen. Nee, ist okay. Nee, der hat einfach angesamt, Q und Smile auf die Krabbe. Ich muss nichts machen. Ich hoffe, der ist kein Smile. Iiii, Franzosen! Iiii! Soll der Kern mal warten, bis ich, äh, äh, zwei Eifengörbe. Versehen, wie er mich dann noch was machen möchte. Hehehe, Damm, ey. Ja, ey, meine Standardfrage. Kann ja sein, dass er Hunger hat. Entschuldigung. Aber bisher hat sich noch kein Zuschauer beschwert, wenn ich sowas gesagt hab. Vielleicht finden sie das auch lustig. Hehehe, wir lieben ja alle. Hier, der ist Türke! Pufi, Landsmann von dir! Niemals. Nee, der ist niemals Türke. Der französisch gesprochen ist, kein Türke. Ja. Obwohl, hätte er auch was, oder? Französisch sprechender Türke? Ne, gibt's auch welche, aber... Meinst du? Ja. Türken gehen freiwillig nach Frankreich? Neee, die kommen lieber zu uns Deutschen. Also, kenne ich nicht mehr. Komm, wir haben uns auch mal angerollt, noch mal, wenn er nicht wirklich abfällt. Ja. Der ist aber da geworden. Nee, aber nicht. Ich hab geguckt. Er hat kein Wort geschreit. Komm, wir. Äh! Mist, die Kacki. Dankeschön. Nee. Ich hab' mir schon. Guck. Ja, zu klatschen, ist immer schön. Will er denn? Voll der Rambo. Äh! Mach doch ein Kacki-Spot. Ich bin schon da. Nee, der macht die Kacki. Ja, ja, ja. Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein kleiner... Warum hab' ich den geklaut? Der kann nicht so falsch. Musst du hier aber auch Mokur-Baba-Bugaga schreiben. Äh... Was? Oh, der geht zu deinem Blue-Buff. Ey. Nee, ich hab'n gesehen, der ist in den Jungle rein. Definitiv. Kommst du mal mit dir? Ja. Oh, super funkel. Nee, ist da unten stirbt, ist es selber schuld. Ja, da ist er. Ja, der jumped aber raus. Ja, nur trotzdem, ne? Du hast ja dir doch nichts klaut. Ich mach' ihn! Ich mach' ihn! Ich mach' ihn! Er hat getroffen und er hat den Fail-Jump gemacht. Hm. Dafür will ich aber einen Assist. Damit wäre null verstanden. Ja, egal. Er hat sich gefreut. Ja, wollte irgendwas anderes sagen. Ach so. Okay, nö. Ich hab' das nur erklärt. Er hat als, äh... Er ist in der Jump-Animation von mir gespr... äh... ...gespr... äh... ...gespr... ...unds war eigentlich alles. Ja, ich hab' mal langgezündet, weil ich dachte, er kommt sonst weg. Ne, super. Ich guck' sie waren... ...geblieben. Äh... Jan? Was? Joa. Ich hab' ihn schon mal gesehen. Ich hab' ihn schon gesehen. Joa. Ja, ja, ich auch schon. Ich hab' ihn schon gesehen. Es ist halt... äh, die... Ah... Auf Much-Chif haben sie da so ziemlich Namen gehört. Wenn die Altraum-I-Jex oder so... Wie Arme-Jex haben sie mich auch gesehen. Aber... Wie Arme-Jex oder so... Das ist nur eine kurze Strecke, aber ein langer Witz. Oh, die haben den Brachen gemacht. Naja, da bin ich halt echt schlecht, weil es da muss. Oh, die Brust mess. Oh, du's auch mess. Sehr schön. Brauchst du mich noch auf der Mitte? Und ich? Ja. Denk mal nicht. Ich hab den jetzt one-shottet. Der kam ja gerade von der Lane wieder. Euphor-Murium-Ding-Sang-Respon. Komm ich jetzt mal runter. Ich hab gut ausgerutscht bekommen, bin ich sehr glücklich. Das ist schön. Ein Po, wie glücklich ist bin ich's auch. Nein, ich muss pushen. Leu, Kha'zix hat geflasht. Weiß nicht was er, ich glaub er dachte ich push weiter. Das fühlt halt nicht gerade sehr aktiv. Was ist denn, wie das? Äh, Kha'zix Richtung Top-Sate unterwegs? Ja. Soll kommen. Ja, das könnte wahrscheinlich mit dem Wettfluss holen. Das ist eh langweilig. Ja. Ah, jetzt ist gerade der Water ausgelaufen, ich hab auch keinen. Ah ne? Ja. Bin ich da. Ich wollte nur die Kappe haben. Okay. Ich wollte alles, was ich machen wollte. Ähm, Kali sitzt wahrscheinlich bei meinem Web rein. Mal gucken. Ich werde dir leiden. Ne, Kha'zix ist unten. Ja, äh, Kha'zix ist bei mir. Ja. Ich hab keine Ehe-Momente. Ja. So. Jetzt. Ja. Boah. Ich komm den Kha'zix abfacken. Ja, mach mal. Muss ich aber vorher ein bisschen raus pushen hier. Schaff ich glaub ich nicht. Also Morde könnte auch kommen. Kommt. Ich muss ein Damage machen. Okay, die Flan benutzen. Ah! Wie will. Flaschen wir halt ne Runde. Machen wir als Team. Genau. Du gehst auf jeden Fall jetzt geflaschen, wenn du ruhig jetzt nicht draufzufangen. Ja. Dein Morde. Ja, so ist weg. Ja, der geht schon. Ja, der geht schon. Bot-Lane. Bot-Site, hm? Wird er überleden. Morde-Kaiser, Teleport raus. Okay. Bezächtig wird weiß. Ich glaub ich komischerweise auf dem... Wahrscheinlich. Und wir haben uns gar nicht mehr empfohlen. Komisch irgendwie. Ja, jetzt Bot-Site runter. Ja. Mh, Kha'Zix kommt aber auch. Kann aufpassen. Ich bin sehr angeschlagen. Guck mal, dass wir mal unten in der Wege... ...möglich. Sehr schön. Ich war unnötig, glaub ich auch. Aber egal. Aber egal. Kha'Zix ist da. Guck mal, dass wir nicht mehr halten können. Guck mal, dass wir nicht mehr halten können... BW 4 2 2, kann man mit leben. Schade, 45 Gold jetzt noch so, dann hätte ich meine Boots. Vielleicht nehmen wir einfach CDR. Ja, so wie der Mist. Kommen wir mal auf den Fabline ran. Ok, do. Ich glaube jetzt geht er gerade worden, dann komme ich mal hinterher. Ja. Ach, Wurschi. Machst du denn? Ja, so viel Job. Jo. Halt die Woche einfach drauf. Überall reicht. Ja, gibt nichts Wettbewerb. Ja, und drauf. Jawohl. Gewonnen Hitted. Also gewonnen Kombo, sagen wir es mal so. Ja, ja, logisch. Botlane, nach Rotten. Rami kommt, Rami kommt. Muss aber schnell gehen. Wow, Rami feedet, so ein Scheiß. Aber. Jaaa, gut Job. Gelohnt. Solange, äh, keiner benutzt. Wir haben keine Stämme für Ocean Rakes. Wir haben keine Stämme für Ocean Rakes. Also wir sind doch ein Lauti. Äh, mein Hutzi-Futz hier oben ist Mist. Was? Na, der Hutzi-Futz. Ja, der. Ja, ich weiß aber trotzdem, was für ein Dame ist das denn? Na, guck mal, wie schnuckelig der ist. Sieht aber ein bisschen aus wie hier der Böse aus Herr der Ringe, ne? Saruman. Ja, da hab ich schon wenig. Nur ganz geringführig. Oh, aber ich glaub, ich könnte meinen Tower verlieren. Nein. Oh, gut. War mein Gang-Kaufer-Botline doch's wert. Schweingart. Nein, leider nicht. Ich hab auch nicht Angst vor seiner Weh. Ja, ist okay. Ich hab nur... Ich hab's mal versucht, wenn ich ult gehabt wäre. Kann man mal noch auf? Also, du glaubst du noch ult? Ja, der hat keine ult mehr. Und, wie glaubst du? Ja, da komm ich nicht nach. Na doch, geht. Rauch noch mal. Oh! Hat nicht erreicht, ey. Bist du verrückt? Nein, Scherz. Ich wollte nur mit der Q killen. Ja, ja. Klar. Der will bringt der, ne? Weißt du schon? Die 6-6. Egal. War das der erste Tomb? Ne, Botline hat der schon, ne? Botline, ja. Ja. Ohne. Macht dem Nordi übel viel Damage, weil er nur Rüstungen baut. Der ist guti gut. Ich mach jetzt den allerersten Damage am Gegner-Tower hier bei mir. Minute 5-6. Äh, 6-6. Jo. Au. Au. Oh nein. Ah, Fail-Flash. Nein, 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 nein. War zu früh. Ah, Fail, Fail, Fail. Unplayed, okay. Ram hat gefailt. Ich geh auf K. Auf K geh ich. Das hat doch fast voll. Oh, warte, ich komme. Komm mal hier lang. Ja, der haut mal. Aber, ich bin Ramo. Blatsch. Jetzt haut er sich auch noch selber tot. Mann. Aber der Jungler, der macht das gut. Der holt ein Objective nach dem anderen, ne? Ja, das ist doch das Problem an Ramo. Ich brauche das Team für die Objekte. Ich kann halt weder Herald das direkt alleine machen. Ja, gut. Das glaub ich. Komm mal nach oben, topside. Ich weiß nicht. Ich hab' gebrochen. Da ist doch nicht mehr weit. Ich hab' gebrochen. Der Mordet fühlt sich auch ganz einfach. Boah. Ich hab' gebrochen. Ja? Oh, war da der Tower? Der Tower? Oh, ne. Guck dir denn da an, ne? Ich hab' gebrochen. Bösen dich nur auf jeden Fall. Der K. Nee, bestimmt nicht. Oh, ich bin sicher. Am Dauer, ey. Obwohl, vielleicht ist der Kha'Zix so dämlich und versucht, mich zu killen. Man weiß es ja nicht, ne? Na, ist doch ein Bautzettel direkt. Was ist denn? Was bist du denn hier? Da kommt der Kha'Zix. Ah, ist doch weggerollt. Ah, Mami. Jetzt hat er dich gut den Turm gemacht. Ja, ja, logisch. Ich hatte leider keine E-Ready. Ich glaube, es ist nicht allein, ich habe keine Nr. Ich bin ein bisschen nicht gebrochen. Wenn er noch da bleibt, ja. Ich komme, on my way. Das ist es. Es gibt doch kein Flash. Nein. See you going down, down. Super, weggesprungen, ey. Jump in your face. Ich hole mal den T1-Turm auf der Top. Gehst du mit da ran? Ja. Und wir haben einen Drake. Achso, der nächste Drake ist ab gleich. Ja. Der ist schon dran. Ja, da passt er sehr gut auf. Könnte ein Rami sein. Der bleibt ohne, nicht nur. Auch ohne Rami. Ja, ja, ich bin noch nicht da. Oh, los. Nein. Ach. Ich Hasus hasse. Oh, nee. Also, an sich ist mir in Yasu völlig scheißegal. Aber diese blöde Windwall, ey. Ja, die ist eklig. Ja, ich hasse an Yasu nur die Windwall. Der restliche Champ ist mir völlig Wurst. Aber wenn du sowas spielst wie Vega, ist es für den Arsch. Kannst du halt, wenn du so gut timet, nur deine W reinhauen. Ja. Die macht im Moment noch zu wenig Schaden. Egal. Trotzdem Double. Ich kam halt auch ein bisschen spät zum Teamfight. Das hat wehgetan. Tower ist aber weg. Die kommen auch noch. Gibt echt wieder einen Jump? Nein, ich hab meine Rolle wieder. Nein. Und ich hab's gesicht. Eigentlich, egal. Aber das war da für fast ein besseres Match. Komm, komm, komm. Komm, weiter. Ja. Ich bin mal zu Ramm, da war irgendwo ein Tremen. Echt? Nee, der ist backgeportet, eben am Tower. Ja. Da waren wir jetzt noch. Das ist ein Jahr, sie sind. Jetzt gut. Kannst du behalten. Dann hab ich Jan von geschenkt. Kann auch haben. Sieben Sekunden hab ich ihn links. Ich hab. Oh Gott. Entschuldigung. Aber das war eigentlich auch passiert, dass du da noch dran mögen. Ja, so kommt jetzt auch Zeug. Ich hab kein Mal, aber er... 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 Na, dann müssen wir trotzdem lassen und mit mir rumschlagen. Oh, ne. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Okay. Boah, ey. Wie zahle ich reden. Bad Damage. Alter, bin ich gefiedelt. Was mir passiert. 50 Kids, alles geist. Ja, alles geist. Ja, oder Münter. Doch. So. Du hast einen französischen Ja, sowas erwartest du. Ja, aber... Ja, der K6, oder? Ja, der K6 ist der Franzose. Dann guckt mal aufs Clan-Tag. Ja, okay, ja. Ja, aber das heißt ja nicht. Doch, das heißt was. Das sind vier von fünf Franzosen. Nur der Nautilus nicht. Ja. Ja, gut. Weiß man nicht, ob der ist oder nicht. Ja, weiß man nicht. Aber die anderen sind's auf jeden Fall. Ich kaufe mir einen Lootens. Soll ich mir noch mal ein bisschen magieresigige Morde? Weil der Toll ist doch schon ein bisschen stark gegen mich. Was? Der steht 1,6 der Burschi. Ja, und? Ich hab 0 MR. Der macht trotzdem extrem guten Schaden. Was hast du auch gesehen? Also ich hab überlebt, weil ich Shrug in das Hunter hab. Ich heil mich halt gegen. Mit Gunblade und so. Aber der würde mich sonst auch machen. Ja, ich hab 20 Sekunden ab. So, da sollten wir dann mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja mal einen. Ja, wie gesagt, ich versuch's. Aber ich brauch halt... Na, die anderen sind aber alle oben. Ich will den Zeit gewinnen. Ja, so ist Mitte, kommt jetzt auch hoch. Mal drauf da. Macht da keinen Spaß, ey. Okay, immer wenn ich komme, dann ist es vorbei. Ich hab nicht einen Assist bei dem Scheiß da gekriegt. Ich hab aber keinen Spaß. Ja, der 183 hat meine Idee. Geil. Boah, mein Chang'n an der Hauskarte wachsen. Okay. Einer noch zu tun, du sagst. Ja, einen müssen wir wenigstens, ne? Ja, darum ja. Wie gesagt, es ist nicht meine Schuld. Ich hab' mir mal einen Majeys gekriegt. Ich hab' mir mal einen Majeys gekriegt. Mal gucken, ob ich direkt sterbe. Ich kauf mir ja sonst nie Majeys, aber jetzt kauf' ich's mir mal. Ja, ich hab' mir mal einen Majeys gekriegt. Oh, ich habe einen Majeys... Schau' ich kauf mir. Ich bin vollkommen. So und rauf da, weiter slowt das. Nein, der slow, 90% slow, wenn du isoliert bist. Moment. Böses K6 von links. Ja. Gut, gehen wir nach unten. Die keinen Bock haben, gehen wir Mitte durch, Alexa. Ist doch egal. Komm, den wollen wir. Ja. So, jetzt können wir beenden. Ja, gut. Gut. Schade. Das wäre so gut geworden. Ja. 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 Oh Mann. Ja. Ja. Ja und ich hoffe natürlich, dass euch die Runde auch gefallen hat und wenn ja, Daumen hoch auch bitte nicht vergessen, in diesem Sinne bis zum nächsten Game, euer Aram. Ja. Ja. J甚麼. Ja.